Guten Abend, herzlich willkommen. Was ist Ihr Plan für Berlin? Das fragen wir in dieser und Anfang nächster Woche alle Spitzenkandidaten der sechs im Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien vor der Wahlwiederholung am 12. Februar. Heute ist Kai Wegner von der CDU bei uns, Fraktionsvorsitzender und Oppositionsführer. Letzteres möchte er unbedingt ändern. Er will regierender Bürgermeister werden und der letzte Berlin-Trend von Infratest D-Mark gibt für diese seine Hoffnung auch anders. Die Demoskopen sehen die CDU aktuell mit 23 Prozent gerade vorne. Fünf Prozentpunkte mehr also als noch bei der letzten Abgeordnetenhauswahl. Zum regierenden Bürgermeister bräuchte er aber mindestens die Stimmen der Grünen und der SPD. Schönen guten Abend, Herr Wegner. Ich grüße Sie. Schönen guten Abend. Wenn Sie denn ins Rote Rathaus einziehen, was macht dann Kasper, Ihr Golden Retriever? Wärmt er Ihnen beim Aktenstudium unterm Schreibtisch dann die Füße oder braucht er dann ein anderes Härchen? Ich glaube, der freut sich genauso wie jetzt, wenn ich morgens mit ihm, bevor es losgeht, eine Runde laufe. Und abends, wenn ich nach Hause komme, wenn meistens schon alle schlafen, dann freut sich der Hund und das freut mich dann. Und von drei Füßen war dann immer noch ganz kurz. Und deswegen wird es ihm genauso gehen wie jetzt. Sie verströmen eine Ruhe, die manche als wohltuend entschleunigt erleben. Manche sagen aber auch, das sei behäbig. Wie ordnen Sie sich selber ein? Oh, ich habe eine gewisse Ruhe in der Tat. Aber das schätze ich nicht als behäbig ein. Weil ich will ja was bewegen. Ich will anpacken. Ich will, dass diese Stadt endlich wieder funktioniert. Und manchmal braucht man da ein bisschen Ruhe, aber man braucht vor allen Dingen Entschlossenheit. Und die entwickle ich aus meiner Ruhe. Gibt es außer Hertha bei den Spielen noch sonst Gelegenheit, wo Sie Bluthochdruck haben, gerade aktuell? Ehrlicherweise sehr häufig, wenn ich politische Talkshows mehr anschaue, dann kriege ich das eine oder andere Mal. Gehen Sie sich bitte Mühe. Aber heute natürlich nicht. Sie bewerben sich um das Amt des Regierenden Bürgermeisters mit Nachdruck. Wer ist denn Ihr Vorbild, Herr Wegner? Politisch gibt es da ganz viele. Und da würde ich mir immer das Beste rausnehmen von jedem Einzelnen. Aber wenn Sie mich wirklich nach einem konkreten Vorbild fragen, dann ist es meine Mama. Meine Mutter war eine sehr herzliche Frau, eine sehr verbindliche Frau, die mir viel mitgegeben hat in meinem Leben. Und das würde ich dann eher als Vorbild nennen. Was ist der Satz, den Sie immer wieder im Kopf haben, wenn Sie Ihre Mutter hören und an Ihre Stimme denken? Meine Mama hat immer gesagt, es öffnet sich immer eine Tür, wenn es mal ein Problem gibt. Wenn eine Tür sich schließt, öffnet sich eine andere. Und da denke ich sehr oft dran. Und Sie hat recht. Hier ist die Tür, die sich für Sie öffnet, Ihr Programm darzulegen. Wir haben jedem Kandidaten eine Minute Zeit gegeben. Das wäre jetzt auch Ihre Gelegenheit. Wenn Sie soweit sind, dann läuft jetzt Ihre Minute. Was ist Ihr Plan für Berlin, Herr Wegner? Mein Plan für Berlin ist, dass Berlin endlich einen Plan bekommt, der funktioniert. Eine funktionierende Stadt, wo eine Verwaltung auch funktioniert, klare Strukturen, klare Prozesse und wir die Chancen der Digitalisierung nutzen. Ich möchte eine Stadt, die schlau ist, die ihren Kindern die besten Chancen für die Zukunft mitgibt, mit gut ausgebildeten Lehrern und modernen Schulen. Und ich möchte ein mobiles Berlin, ein mobiles Berlin, wo jeder von A nach B kommt, wie er möchte. Sichere Fahrradkreuzung, gute Fußgängerüberwege, starke Öffis mit mehr Schiene, auch gerade in die Außenbezirke. Und natürlich gehört das Auto für mich auch zu einem mobilen Berlin. Und ich möchte ein sicheres Berlin. Ein Berlin, wo unsere Polizisten und Feuerwehrleute den Respekt bekommen, das Vertrauen bekommen, das sie verdienen, eine moderne Ausstattung haben und für unsere Sicherheit sorgen, damit wir Berliner nicht Angst haben müssen, mit einem Bruch der Dunkelheit Opfer einer Straftat zu werden. Das ist mein Plan für Berlin. Und damit ist die Minute auch fast genau um. Vielen herzlichen Dank, Herr Wegner. Zu den Dingen, die Sie besonders geärgert haben, deshalb habe ich nach dem Blutdruckgefahr gehört, die Tatsache, dass hier von der abgehängten Hauptstadt gesprochen wurde. Sie sagten, ich will, dass dieses Berlin-Bashing aufhört. Was müssten Sie dazu als erstes anpacken? Wir müssen erst mal dafür sorgen, dass es nicht immer so schlechte Schlagzeilen über Berlin gibt. Dass es Berlin-Bashing gibt, weil wir noch nicht mal mehr eine Wahl organisieren können. Dass vieles in dieser Stadt nicht richtig funktioniert, dass sich andere Bundesländer darüber lustig machen, finde ich nicht schön. Weil ich will nicht, dass die Leute über uns lachen, sondern dass sie mit Berlin lachen. Dass Berlin Vorbild wieder ist und dass die Leute irgendwann mal sagen, ist ja Wahnsinn, die haben eine funktionierende Verwaltung, die sind im Bildungsranking von ganz unten nach oben gekommen. Und so stelle ich mir ein modernes, tolles Berlin vor. Haben Sie denn schon mal in München angerufen, bei den Kollegen beispielsweise den Quasi-Parteifreunden Söder und Dobrindt, die von der Chaosstadt sprechen, schlecht regiert, verkoxte Wahl, Gewalt in den Straßen und sogar planen, möglicherweise beim Länderfinanzausgleich Gelder zu streichen. Da können Sie sagen, könnt ihr mir bitte aufhören, in den Rücken zu fallen? Ich spreche viel mit den Ministerpräsidenten, auch gerade der unionsgeführten Länder. Und ich teile ja die Auffassung, dass Berlin seit Jahren schlecht regiert wird und dass Berlin eine bessere Regierung bekommen muss. Aber ich werbe für diese Stadt, weil natürlich braucht Berlin die Unterstützung des Bundes und ich will dafür sorgen, dass nicht nur die Berlinerinnen und Berliner sagen, Berlin ist eine tolle, eine funktionierende, eine lebenswerte Stadt, sondern ich will letztendlich auch dafür sorgen, dass ganz Deutschland sagt, wir haben eine tolle Hauptstadt, auf die wir stolz sein können. Und da spricht einiges zurzeit dagegen. Wenn ich Ihre Mutter zitieren darf, es tut sich immer eine Tür auf. Manchmal wäre es aber besser gewesen, wenn die zugeblieben wäre, beispielsweise Silvester, angesichts der Gewaltexzesse, die da auf einmal auf den Straßen herrschen. Viele sagen, dass die CDU unter anderem gerade deshalb so gut dasteht, weil sie sehr starke und schnelle Maßnahmen gefordert haben. Ein paar nur, eine ganze Kaskade, Messerverbotszonen, Vorratsdatenspeicherung, Schleierfahndung, konsequentere Abschiebungen, Strafmündigkeit auf zwölf Jahre herabsetzen. Mit Blick auf die Herkunft der Gewalttäter möchte natürlich jeder gerne wissen, wer da eigentlich welche Straftat begangen hat. Aber Vornamen schüren die nicht einfach Vorurteile. Warum beharren sie so darauf? Das nutzt ihnen doch eigentlich gar nichts. Ob sie wissen, ob die Mohammed oder Max heißen. Wissen Sie, die Umfragen für die Berliner CDU sind nicht erst in der Silvesternacht gestiegen, sondern deutlich davor. Weil wir haben ja nicht nur zu Silvesternacht ein Gewaltproblem in unserer Stadt, sondern wir haben das Gewaltproblem 365 Tage im Jahr. Wir haben Gewaltvorfälle von rechts, wir haben sie von links und eben auch von jungen Männern mit Migrationshintergrund. Und als wir die Frage nach den Vornamen gestellt haben, hat sowohl die regierende Bürgermeisterin als auch die Innensenatorin es verschleiern wollen. Man wollte nicht über die Täterkreise sprechen, sondern man wollte über ein unangenehmes Problem nicht offen reden. Die Bundesinnenministerin der SPD hat das dann getan. Und von daher ist mir jetzt gar nicht so wichtig, ob er Max oder Mehmet heißt. Vor Gericht sind sie alle gleich. Die Strafe muss für alle gleich sein. Aber mir ist wichtig, dass wir diese jungen Leute abholen. Wir haben in dieser Stadt junge Männer, die hier geboren sind, die sich aber nicht dazugehörig fühlen. Und die müssen wir mit Vorbildern erreichen, mit Präventionsangeboten, mit direkter Ansprache. Und deswegen brauche ich auch die Täterherkunft. Aber sind ja relativ dicht dran an der Forderung der AfD, der dann sagt, okay, ist eigentlich egal, ob die einen deutschen Pass haben. Also wenn die in irgendeiner Art und Weise kriminell sind, dann entziehen wir denen auch die Staatsbürgerschaft. Das ist natürlich, das ist glaube ich außer Frage in dem Fall. Trotzdem, was haben Sie davon? Außer, dass Sie darauf hingewiesen haben, dass es offensichtlich einen relativ hohen Immigrationsanteil gibt. Die Mehrheit sind ja tatsächlich Deutsche. Also die AfD will erstmal was ganz anderes als wir. Die AfD will diese Gesellschaft spalten. Und wir wollen diese Gesellschaft zusammenhalten. Wir wollen sie zusammenführen. Und wenn ich sehe, dass junge Leute in unserer Stadt geboren sind, sich aber nicht dazugehörig fühlen, dann muss ich sie erreichen. Und ich muss den Täterkreis kennen, damit ich zum Beispiel Vorbilder suchen kann. Ich würde mir wünschen, dass wir Musiker ansprechen, Sportler, Vorbilder, die sich vor diese jungen Leute stellen und sagen, Leute, nutzt die Chancen dieser Stadt. Ihr habt ein Aufstiegsversprechen hier. Macht einen Schulabschluss, hört auf mit Gewalt. Und das schaffen wir mit Vorbildern. Und deswegen muss ich die Täterkreise kennen. Und ich muss sie durch Sozialarbeit, durch Präventionsarbeit wirklich auch anders ansprechen, als zum Beispiel rechtsradikale Straftäter. Die muss ich ganz anders ansprechen. Trotzdem haben Sie sich möglicherweise de facto um einen Koalitionspartner gebracht. Denn nach der Anfrage, wie denn tatsächlich die Täter mit Vornamen heißen, haben die Grünen gesagt, mit dem Mann werden wir auf keinen Fall koalieren. Ihr Gesicht sagt gerade, schauen wir mal. Sie denken, es war eine pädagogische Maßnahme, um Ihnen einmal quer zu zeigen, wenn du das so weitermachst, dann darfst du nicht regieren. Also für uns sieht es erstmal so außenstehend aus, dass die Grünen wollen nicht mit Ihnen. Also pädagogische Maßnahmen wirken in diesem Falle bei mir tatsächlich nicht. Weil ich sage Ihnen, wir haben viel zu lange in unserer Stadt Probleme totgeschwiegen. Wir haben sie nicht klar benannt. Und wer Probleme nicht klar benennt, wird Probleme nicht lösen. Wir haben allein in Berlin im Jahr 2022 8400 Übergriffe auf Polizeibeamte gehabt. Nicht nur in der Silvesternacht. Und darüber müssen wir jetzt mal reden, weil wir müssen das abstellen. Und ich mache keinen Koalitionswahlkampf. Ich will keiner Partei in Berlin gefallen, sondern ich will Probleme benennen, Lösungsangebote machen. Und ich will, dass die Berlinerinnen und Berliner mir das Vertrauen schenken. Es ist schön, dass Sie sagen, dass Sie keinen Koalitionswahlkampf machen. Weil im Vorfeld haben Sie sich ja durchaus einen grünen Anstrich gegeben. Also Sie haben ja gesagt, als Landesvorsitzender der CDU hätte es ungeheure Modernisierung gegeben und auch einen sehr starken Modernisierungskurs. Beobachter sagen, das war einer in deutlichen Richtung, gerade in Sachen Wohnungsbau- und Verkehrspolitik, in Sachen Grünen-Nah. Ein Beispiel. Letztes Teilstück der A100, 17. Bauabschnitt. Da sagen Sie, okay, also wir machen grünen Betondeckel drauf und dann machen wir da oben drauf Solarpaneele, Radschnellwege, Spiel- und Sport- und Erholungsflächen. Das ist Beton, grün lackiert bleibt Beton und ist von der Verkehrssenatur impariert worden. Mit Autobahn bleibt Autobahn. Also Versuch misslungen? Gar nicht misslungen, weil ich glaube, wir brauchen eine attraktive Stadtgestaltung und wir brauchen auch leistungsfähige Verkehrsadern. Und für mich gehört die A100 dazu. Wir müssen die weiterbauen, auch den nächsten Bauabschnitt. Der Bund gibt 800 Millionen Euro für diesen 17. Bauabschnitt. Warum sollten wir Berliner denn darauf verzichten? Wir brauchen eine starke Mobilität und starke Verkehrsachsen. Und die Grünen wollen hier dezidiert was anderes. Also die Antwort wäre der Grünen, wir sollten darauf verzichten, weil es ökologisch eine Zumutung ist, absolut notwendig. Und das Auto in der Form und in der Konzentration und in dem Ausmaß ein Auslaufmodell. Ich glaube, das sehen die Berlinerinnen und Berliner nicht so. Und wenn ich mir die Verkehrsplanung der Grünen anschaue, übrigens oftmals abgestimmt im Senat, auch mit SPD und Linken, wenn ich mir anschaue, was das Mobilitätsgesetz hergibt, 2,60 Meter breite Fahrradwege rechts und links in Straßen, wo es teilweise gar keine Fahrräder gibt, sondern Autos, die dort parken müssen, weil Menschen aus den Außenbezirken in die Innenstadt müssen, um dort zu arbeiten, das ist eine Verkehrspolitik, die niemandem etwas nützt, nur gegen das Auto gerichtet ist, dafür stehen die Grünen. Und das ist nicht mein Politikansatz, das ist auch mit mir nicht zu machen. Werden wir uns mittelfristig von dem Fetisch Auto in dieser Bedeutung in der Gesellschaft verabschieden müssen? Ich glaube, wir brauchen eine Verkehrspolitik, die alle anspricht. Wir brauchen, und das habe ich ja vorhin gesagt, wir brauchen sichere Kreuzungsbereiche, wir brauchen einen starken öffentlichen Personennahverkehr, wir müssen mehr Angebote schaffen, dass die Leute auch wirklich umsteigen können. Wir müssen die Fußgänger in den Blick nehmen. Aber auch der Individualverkehr wird in Berlin in 10, 20, 30 Jahren noch benötigt und auch weit darüber hinaus. Und deswegen sage ich ganz klar, für mich gehört das Auto zu einem mobilen Berlin. Was shoppen Sie, wenn Sie einkaufen gehen? Was ich shoppe? Shoppe, ja. Das ist ganz unterschiedlich. Wenn ich in meinen Supermarkt gehe, um Brötchen zu kaufen, dann kaufe ich Frühstück, Mittagessen, Abendbrot, auch mal Chips. Ich wollte Ihnen nur einen Einkaufstipp geben. Sie können ab Montag vollkommen ungestört spazieren gehen auf der Friedrichstraße. Ich nehme an, dass Sie sich darüber A, rasend freuen, B, nicht ganz so freuen. Kreuzeln Sie bitte C an. Nein, natürlich freue ich mich darüber nicht, weil ich kenne die Situation der Gewerbetreibenden vor Ort. Und ich weiß, was das jetzt schon wieder ausgelöst hat, was Frau Jarasch da macht. Und das ist wirklich eine Verkehrspolitik mit dem Kopf durch die Wand, ohne die Gewerbetreibenden anzuhören, ohne die Anlieger anzuhören. Und das macht überhaupt gar keinen Sinn, wenn ich über 500 Meter etwas sperre. Und das schadet den Gewerbetreibenden. Und mehr Sicherheit für Radfahrer bringt es ja nun auch nichts, weil es eine Fußgängerzone werden soll. Ich sehe da nur wenig Grün und wenig Aufenthaltsqualität. Ich finde, da gäbe es bessere Stellen. Auch die Anwohner aus der Abendschau, die ich gehört habe, die waren eigentlich ganz zufrieden damit. Sagen herrlich, einmal durchatmen. Aber bleiben wir ganz kurz bei den Anwohnern. Da haben Sie tatsächlich andere Anwohner und andere Gewerbetreibende getroffen als ich. Die planen eine große Klagewelle gegen das, was Frau Jarasch da macht. Und ich hätte mir von einer regierenden Bürgermeisterin gewünscht, dass sie nicht nur tobt, sondern auch handelt. Bleiben wir trotzdem mal beim Wohnungsbau. Sie wollen den sozialen Wohnungsbau eigentlich stärken. Da wollen Sie den Kreis der Wohnungsscheinberechtigten erweitern. Und zwar ganz erheblich. Das klingt gut. Aber was ich da nicht verstehe, schon jetzt ist es so, dass nur für 10% aller Wohnberechtigungsscheininhaber überhaupt eine Wohnung zur Verfügung steht. Was nutzt es da, wenn ich den Kreis derer, die auch noch bezugsberechtigt sind, auch noch erweitere? Dann vergrößere ich das Problem doch. Wir haben ja mittlerweile in Berlin eine wirkliche Wohnungsnotlage. Fast keiner findet mehr eine Wohnung und schon gar nicht eine bezahlbare Wohnung. Das trifft nicht nur auf Geringverdiener zu, das trifft mittlerweile komplett die Mitte der Gesellschaft. Die Leute, die morgens aufstehen, arbeiten, gehen, Steuern zahlen, die finden keine bezahlbare Wohnung mehr. Deswegen sagen wir, müssen wir die Anspruchstellung erhöhen. Aber Sie haben es ja genau genannt. Wir haben in Berlin mittlerweile eine Million Anspruchsteller für einen Wohnberechtigungsschein, aber nur 97.000 Sozialbauwohnungen. Und das zeigt das ganze Problem. Es wurde in den letzten Jahren zu wenig gebaut. Und hier müssen wir endlich den Baumotor anwerfen. Wir brauchen mehr bezahlbaren Wohnraum. Aber wie wollen wir das machen? Also alle haben ja die gleichen Rahmenbedingungen. Ich muss es jetzt nicht im Einzelnen durchdeklinieren. Also die Baustoffe werden teurer, Lieferketten, mbabababa, mbabababa. Also mittlerweile haben sich die Baupreise pro Quadratmeter Neubau verdoppelt. Das gilt für alle. Was ist denn der Zaubertrick, den Sie jetzt aus dem Hut zaubern können, um zu sagen, ich, Kai Wegner aus Spandau, sorge dafür, dass die ganze Stadt auf einmal wohlbehütet für Maximum 10 Euro warm wohnt? Ich rede ja auch viel mit der Bauwirtschaft und spreche mit denen, wo es die Probleme gibt. Wir haben die Lieferketten, das haben Sie angesprochen, auch die Finanzierungsmöglichkeiten, alles seit dem 24. Februar deutlich verschärft, seit dem brutalen Angriffskrieg von Putin gegen die Ukraine. Aber wissen Sie, ich höre immer wieder von den Bauunternehmen, sie bauen. Sie bauen in Brandenburg, in Sachsen-Anhalt, in Thüringen, überall, nur nicht in Berlin. Und wir müssen unterschiedliche Sachen machen. Wir müssen auf der einen Seite sofort das Thema Enteignung beenden. Das ist ein Bauhemmnis. Keiner baut in dieser Stadt Wohnungen, wenn weiterhin die Enteignung droht. Und dann müssen wir die Landesbauordnung entschlacken. In Brandenburg ist da deutlich vorangegangen. In Brandenburg wird mehr gebaut als in Berlin. Und das ist auch ein Punkt. Wir müssen Bürokratie abbauen und wir müssen die Potenziale nutzen, die wir in der Stadt haben. Elisabeth Aue als Beispiel, aber auch das Tempelhofer Feld, die Randbebauung, den Dachgeschossausbau und die Überbauung auch von Supermärkten. So, das könnten wir alles machen, wird aber nicht getan. Man redet nur drüber, aber es passiert nichts. Da schließen sich zwei Fragen an. Zum einen die Bemerkung von Klaus Lederer gestern, man müsste im Grunde genommen auch so etwas Ähnliches wie eine Senatsbaubehörde schaffen. Also eine, die quasi landesweites Bauen fördert auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, die FDP sagt, es scheitert unter anderem daran, dass die Bezirke so eigensinnig sind und es immer wieder diese Reibungsverluste im Verhandlungen zwischen Senat und den jeweiligen Bezirken gibt. In Bezug auf das Bauen, stimmen Sie beiden Positionen zu? Wir erleben ja in dieser Stadt, dass wir eine Verwaltung erleben, die nicht mehr funktioniert. Und das liegt nicht an den fleißigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der öffentlichen Verwaltung, sondern weil die Strukturen einfach nicht mehr stimmen. Und deswegen sage ich ja, wir brauchen eine Verwaltungsreform. SPD, Grüne und Linke sehen das, seitdem noch nicht mal mehr eine Wahl organisiert werden kann. Nun auch so. Aber ich sage das schon sehr, sehr lange, weil ich die Konflikte zwischen Bezirke und dem Land Berlin sehe. Und deswegen glaube ich, brauchen wir eine stärkere Zentralisierung. Gerade was große Bauprojekte angeht, große Investitionsprojekte, große Infrastrukturprojekte, die müssen komplett in die Verantwortung des Senats. Wir brauchen endlich wieder eine Kultur der Verantwortung in der öffentlichen Verwaltung. Und die Bezirke müssen die Sachen entscheiden, die wirklich vor Ort wichtig sind. Trotzdem, Sie sprechen sich ja gegen diesen Zentralismus aus. Also was bei diesem Zuständigkeit? Nein, ich glaube, dass wir viele Probleme in Berlin zentraler anlegen müssen und eine klare Senatszuständigkeit brauchen. Und deswegen müssen wir auch an das allgemeine Zuständigkeitsgesetz ran. Und ich sage Ihnen sogar, ich gehe so weit, wir brauchen eine Änderung der Landesverfassung. Weil so wie es ist, funktioniert es nicht mehr. Das ist letztmalig 1995, 1999, also Mitte, Ende der 90er angepackt worden. Und heute leben wir im Jahr 2023. Berlin ist gewachsen, eine internationale Metropole geworden. Und deswegen müssen wir die Landesverfassung anpassen und stärker auf Senatsverantwortung gehen. Schauen wir mal auf Ihre Perspektive. Also der Plan ist ja da. Jetzt gucken wir mal, ob Sie ihn umsetzen können, auch wenn Ihre CDU stärkste Kraft wird. Linksgrün dürfte, Stand heute jedenfalls immer noch. Das Problem ist Ihnen bekannt, wohl eine Mehrheit auf die Waage bringen. Der Tagesspiegel hat das ganz flott formuliert mit, wenn Sie denn die Wahl gewinnen, sind Sie ein König ohne Land, weil Sie keine Mehrheiten gewinnen. Oder doch, sehen Sie da Hoffnung am Himmel? Nein, ein König will ich gar nicht sein. Ich möchte Regierender Bürgermeister von Berlin werden. Ja, aber wenn der Tagesspiegel mich so beschreibt, will ich das trotzdem noch mal klarstellen. Aber wissen Sie, jetzt sind doch die Berlinerinnen und Berliner gefragt. Wenn man einen weiter so will, so wie es in den letzten Jahren war, dann kann man sich mit Rot-Grün-Rot begnügen. Wenn man wirklich einen Wechsel in dieser Stadt will, wenn man will, dass sich was verändert, dann muss man diesmal die CDU wählen. Und wenn wir einen starken Regierungsauftrag bekommen, einen starken Auftrag zur Bildung einer Regierung, kann ich mir nicht vorstellen, dass Parteien, die dann im Abgeordnetenhaus vertreten sind, nicht mit dem Wahlsieger sprechen. Das glaube ich nicht. Dann möchte ich aber als Wählender vorher wissen, mit wem Sie koalieren wollen. Darauf würde ich bestehen. Bevor ich Ihnen meine Stimme gebe, wer wäre Ihr attraktivster Partner? Also die Grünen scheiden aus oder doch nicht? Für mich ist völlig klar, dass ich keine Koalition mit der Linkspartei mache und erst recht nicht mit der AfD. Dass es eine Menge Schnittmengen mit der FDP gibt, ist gar keine Frage. So, und jetzt haben wir noch die SPD und die Grünen. Bei der SPD sehe ich, dass die SPD seit 21 Jahren Verantwortung im Roten Rathaus hat. Und ich weiß nicht, ob sie wirklich noch den Modernisierungsdrang hat, den diese Stadt braucht. Und bei den Grünen sehe ich derzeit eine Entwicklung, gerade in der Verkehrspolitik, die nicht zu Berlin passt. Das ist nicht die internationale Metropole, die mobil ist, auch fürs Auto. Gerade in der Verkehrspolitik mache ich mir da große Sorgen. Aber ich muss ja mit den Leuten reden. Also werde ich auch mit SPD und Grünen gemeinsam reden. Und da muss man gucken, wo es die meisten Schnittmengen gibt. War das sozusagen in der Reihenfolge des Auftritts, gerade SPD und dann Grüne? Oder war das Zufall? Wissen Sie, egal was man da sagt, wird einem immer irgendwas unterstellt. Willkommen in meiner Welt. Absolut. Ich möchte einen klaren Regierungsauftrag haben und ich werde mit den Parteien sprechen, die ich gerade angesprochen habe. Und wer zuerst bereit ist, mit mir zu sprechen, der kriegt den ersten Termin und der andere sofort den zweiten. Und momentan, wenn Sie einen Termin vergeben müssten, wer würde zuerst einen bekommen? Ich höre einfach nicht auf, wir haben noch sechs Sekunden. Ich werde beide zur gleichen Zeit ansprechen und dann werden wir mal schauen, wer schneller reagiert. Okay, also für den Fall, dass Sie regierender Bürgermeister werden, was ist das Erste, was Sie aus der Welt schaffen, weil Sie sagen, die Stadt sei schlecht regiert worden. Also damit wir mal schon mal Wort haben. Wir wissen jetzt, dass Sie auf beide gleichzeitig zugehen und jetzt würden wir gerne hören, was ist das Erste, was Sie aus der Welt schaffen, per Order oder Kraft Ihrer Wassersuppe als regierender Bürgermeister? Es ist richtig viel zu tun, weil vieles in den letzten Jahren liegen geblieben ist und wo ich zuerst rangehen werde, ist in der Tat die Verwaltungsreform. Die wird auch Chefsache, die werde ich aus der Senatskanzlei steuern, genau wie das Thema Digitalisierung. Und wir müssen beim Thema Bildung endlich vorankommen, dass wir wirklich ausreichend Schulen, ausreichend Kitas in der Stadt haben. Wir haben so einen Mangel an Kita-Plätzen und Schulplätzen. Das muss endlich aufgehoben werden. Jetzt erfahre ich gerade über meinen Knopf, dass wir so lange weitermachen müssen, bis Sie sagen, entweder Grüne oder SPD. Ich weiß nicht, wie viel Sendezeit wir haben, aber ich bin da sehr geduldig. Das haben Sie am Anfang ja festgestellt. Gut, ich erfahre gerade, es ist ausreichend, befinde aber, dass wir die Zeit nicht haben. Ich danke Ihnen für Ihren Besuch, danke hier im Studio beim ABB. Ihnen danke ich fürs Zuschauen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir setzen Interviews mit den Spitzenkandidaten am Montag fort, damit Frau Jarasch von den Grünen. Danke fürs Zusehen und wählen Sie wohl. Schönen Abend noch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017